Hallo und Ni hau, ich bin Saskia Sternfrucht. Heute zeige ich euch, wo ich herkomme. Ich komme aus Asien. Ich sehe aus wie ein Stern am Himmel, aber ich bin ja eigentlich eine Frucht. Meine Freundin Kayakaki sieht ein bisschen aus wie ein Apfel, ist auch so schön fest wie ein Apfel. Aber sie ist orange und hat oben keinen Stängel dran, sondern harte kleine Blättchen. Genau wie der Apfel wächst die Kaki an einem Baum. Und schaut mal hier, das ist die kleine Lulodici. Sie hat eine rauhe, harte Schale, die ganz pieksig ist. Autsch! Innen ist sie aber botzahreich. Ich habe auch eine kleine Überraschung für euch. Eine gute Freundin ist der Hokkaido-Kürbis Katharina. Ihr kennt sie alle bestimmt schon wegen Halloween. Sie wächst auch in Europa, aber ursprünglich kommt sie aus Asien. Wer hätte das gedacht? Und das Besondere an ihr ist, dass man sie samt Schale essen kann. Zu guter Letzt zeige ich euch Doro Durian, die lustigste Frucht auf der Welt. Sie wird auch die Stinkfrucht genannt. Denn sie stinkt so doll, dass man sie eigentlich gar nicht essen will. Puh! Aber einmal probiert, schmeckt sie ganz wunderbar. Wer hätte das gedacht bei dem Gestank? So meine Lieben, es lohnt sich also, uns alle mal genauer kennenzulernen. Viele Grüße aus Asien von eurer Saskia Sternfurt und den frechen Freunden. Tschüss!